Hallöche meine Lieben, ich melde mich mal hier via Videos zu Wort und zwar folgt um 14.30 Uhr ein Prey-Livestream. Keine Ahnung wie lange ich das durchziehen werde, ich habe ein bisschen vorgespielt. Ja, wie gesagt, mal gucken wie lange der sein wird. Er wird gleich live gehen über Twitch wie auch YouTube. Findet ihr auch unten in der Beschreibung einmal die Verlegung zu Twitch, bedeutet einmal www.youtube.com-de, wie man möchte, slash Giovanni Let's Plays in dem Fall tatsächlich, slash live oder man geht einfach auf meinen Account und auf Twitch, twitch.tv slash germrage.tm und da kann man zugucken. Chat jedoch funktioniert nur über Twitch, YouTube ist Chat deaktiviert, das habe ich so eingestellt und ja, das wollte ich einmal gesagt haben, ich freue mich auf jeden Zuschauer und wir sehen uns, bis gleich.